Grüß dich und willkommen zur Top-Herausforderung in Bluens-Titel 6 am 14.11.2022 Afterkarte Verfluchte 14 Schwierigkeitsstufe schwer im Schimpansen-Modus und das sind die Regeln Du darfst einen Affen platzieren, hast 50.000 Startgeld, das Ganze geht eine Runde, hast 8 Mindeststufen Affenwissen ist hier deaktiviert. So, los geht's! Der Titel dieser Herausforderung lautet ja That's Quite Hard, also übersetzt das ist ziemlich schwer Aber ich bin der anderen Meinung, du brauchst hier lediglich einen Superaffen Und den platzierst du hier an diese Stelle, so zwischen diese zwei Tümpel Dann machst du als Verbesserung 0, 4 und 2 So, und das Einzige, was du jetzt machen musst, ist einfach nur diese Fähigkeit einsetzen Aber zum richtigen Zeitpunkt Lass das Spiel jetzt langsam laufen, warte bis der Bett in deiner Reichweite ist Zack, einmal diese Fähigkeit einsetzen und erst wenn er hier ist, nochmal einsetzen Und das ist auch schon der Sieg, mehr ist hier nicht nötig So, mal schauen, was ich bekommen habe Und zwar habe ich bekommen 90 Affengeld und einen Hubschrauberpiloten mit 0, 3, 0 Gar nicht mal so schlecht, okay? Danke fürs Zuschauen, ciao, Ende und aus Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020